Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wolfenstein. Also irgendwie sind die am Ende irgendwie so komisch unsynchron. Ich verstehe nicht woran das Licht. Wir gehen erstmal hier lang. Hier sieht es erstmal unspektakulär aus. Hier kommen wir nicht rein. Warum ist hier gerade ein Zug durchgefahren? Also ich glaube, es wird gleich wieder Geschosse geben, wo wir uns werden müssen. Also wir werden gleich angegriffen. So. Ja. Ich... ja. Das ist ja einfach zu leeren, ne? Mit der Waffe umzulegen. Denk ich mal so. Nein. Es geht los. Es geht los. Ob die auch herkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warte. So. Liebe Leute da draußen. Sitzt ihr auch fest in euren Stühlen, Couches, Bettchen oder wie auch immer. Egal. Wir greifen an. Ähm. Was haben wir verworfen? Ach, nur die Pistole. Und eine... Ja, eine Granat. Ja, wir nehmen... Oder können wir uns anschleichen? Scheiße, dass wir... Lol. Ich sehe euch so nett mal. Operation beginnt. So. Ähm. Lass uns erstmal hier aufscheißen. Schweißen. Und was haben wir? Medischock. Nein. Nein. Mist. Sag mal. Hab ich sie noch an, oder? Zwei Granaten haben wir jetzt. Zwei Granaten haben wir jetzt. Wo kommen die denn her? Schweine? Ich glaube ich sterbe. Ich glaube ich sterbe. Ja. Ich glaube ich sterbe. Oh, hier. Himmel. Mann, Mann, Mann. Aber wo kommt ihr her? Wann sehen die mich? Es ist ja schlecht. Es ist ja schlecht. Ich gehe dann einfach hier lang. Okay, das war, glaube ich, richtig. Ach, da drüben. Oh, bist du da verrikt? Oh, da drüben. 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 hier. Ich... Oh, Mann. Ich wollte ihn abstechen. Ich wollte ihn abstechen. Ich würde gerne abschießen, aber... Scheiß-Göte. Komm ich hier rein? Okay, Enigma-Code haben wir gefunden. Lalalala. Warte mal. Wir nehmen am besten hier. Was haben wir hier? Was ist das? Ah, Patron. Hoffentlich kommen die hierher. Die wissen ja, wo ich bin. Wo seid ihr? Habt Schiss, hä? Mein Gott. 36 Meter entfernt. Wo bleibt denn der? Wo ist denn der? Ja, das ist ja. Ah, boh. Scheiße. Scheiße. 37 Meter entfernen. 34... Warte, der muss hier... sein. Oh. Was ist das? Koffer? Riesenformat? Da drüben. Waren das alle? Waren das alle? Ich glaub nicht. Der Zug bewegt sich nicht. Der Zugcomputer will, dass ich das Gleis wechsle. Was immer du sagst, Computer. Es wird gemacht oder... Glaube auch nicht. Öffnung auf der anderen... Ich weiß nicht. Ich will jetzt eigentlich nicht die Kisten durchsuchen. Gehen wir einfach mal weiter. Granate? Ich glaub jetzt haben wir drei oder zwei. Was kann ich denn hier noch sammeln? Hier war da noch was. Medipack? Okay. Okay. Rüstung bräuchte ich. Wart mal. Scheiße. Ich wollte erst ein Messer nehmen und dann in Ruhe. Aber, ne. Bevor mich hier dann jemand angreift, muss ich wieder wechseln. Und dann hab ich keine Waffe. Ne, 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 ne. So macht man das nett. Alles klar. Alles Roger. Alles Roger in Kambodscha. Alles klar. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Ja, hier haben wir noch was. Können wir auch nach unten? Ja. Lassen wir uns erstmal nach unten gehen. Lassen wir uns erstmal nach unten gehen. Gehen. Super. Brauchen wir wahrscheinlich jetzt oben. Dieses Medikit. Was? Ja, irgendwas mit Schiff. Frachtschiff. Warte mal, komm ich hier oben geradeaus? Nee, wie immer nicht. Schwere Munition, aber das war ein Messer. Egal, wir gehen erstmal hier lang. Vielleicht finden wir irgendwas Gold... Goldenes... Drohnen... Gesundheit... Das wäre doch besser, wenn hier einer gestanden hätte und dementsprechend runtergeschossen hätte. Der hätte mich erwischt und irgendwann hätte ich es gesehen, aber das wäre gut platziert gewesen. Hier haben wir alle platt gemacht. Eigentlich noch viele Kisten zum Erforschen. Durchsuchen. Wir nehmen mal kurz... Haben wir noch was? Ja, Munition, Munition. Mehr Soldaten kommen. Können wir nicht... Okay. Warte mal, da war noch ein... Ja! Warte mal, den lasse ich noch da, falls ich den brauche. Oh, nein. Gut, dass ich den Granat hatte. Gehen wir mal weiter. Ah, toll. Ich muss runter. Oh, nein. Was ist das denn? Wo ist denn der? Scheiße. Oh, Gott. Das war ja derbe schlecht. Derbe. Aber gut, gut, gut. Er ist das leise. Der Zug... Ja, ja. Ja, ja. Ach, ne. Da war was anderes. Entführe den Zug. Die Eisenbahn war's geschafft. Ich muss nur den Zug finden und ihn hier rausbringen. Ja. Was habe ich... ...gemacht? Ach, Limit erreicht. Ich versuche... Warte, wie viele Granaten haben wir denn? Super. Eine. Ich komme bestimmt noch da drüben raus. Aber warte, ich hole erst Leben. Medischock nehme ich ein. Es wäre besser, wenn ich die anderen einfach so mitnehmen könnte. Und dann dementsprechend halt einlösen... Einlösen könnte. Ich habe auch keine Ahnung. Was sind alle wieder zu? Sind die alle wieder zu? Mein, mein, mein. Gut, ähm... Ich beeile mich. Komm. Fuck. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, nochmal zu sterben. Will ich nicht. Sind Sie gut rausgekommen? Ist Ihnen jemand gefolgt? Nein. Nein? Das heißt nein, ja? Wenn wir schon nein sagen, dann meinen wir auch nein. Und nicht. Nein, ja. Oder irgendwie. So. So, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken Sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Sie versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken Sie sich in diesem Torpedo hier. Forst schmuggelt in den Zaubtlager. Und Sie wachen in einem... Ja, genau. Wenn man das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets verstecken. Da sind Matrosen in die quere Torpedos. Bing, bing, gute Nacht. Na los, Mann. Ich fick das Schwein und du hältst die Ohren. Okay, Johnny. Dann mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. In der Dunkelheit verschwinden die Träume. Sie sind weit weg. Im Moment, vermisse ich nur das Licht. Irgendwo weiter vorne müsste ein Funkraum geben. Ich muss ihn finden und Caroline anfunken. Anfunken. So, ich bedanke mich wieder, dass ihr zugesehen habt. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Euer Carlos, The Gamer. Ciao.